Ich möchte heute über die Handgelenke reden. Die Handgelenke haben eine ganz, ganz wichtige Rolle im Golfschwung. Die sind sehr wichtig für Schlägerkopfgeschwindigkeit. Jeden Tag werde ich von Schülern gefragt, wie bekomme ich mehr Länge? Also der erste Ort, wo ich schauen würde, ist im Handgelenkbereich. Vor allem, wenn der Körper nicht immer so mitmacht, wenn er ein bisschen steif ist oder ein bisschen langsam ist. Im Handgelenkbereich kann man recht schnell und locker sein. Und dann durch richtigen Einsatz von Handgelenk kann man auch die Schlagfläche gerade bekommen. So habe keine Angst, deine Handgelenke, deine Hände einzusetzen. Ich werde in diesem Video dir zeigen, wie du richtig davon profitieren kannst. Ich habe übrigens einen Eisen 8. Mit diesem Schläger kann man ganz gut an den Schwung arbeiten. So, als erstes, wenn du es bevorzugst, mit wenig Handgelenkeinsatz zu schwingen, das geht auf jeden Fall. Ich habe viele Schüler, die so den Ball recht gerade schlagen und konstant. Das Gefühl ist dann, einen langen Chip zu machen. Aber genau das ist der Punkt. Es ist dann ein langer Chip. Es fehlt dadurch Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und für die Gelenke ist es auch nicht gut, weil man muss mit der Technik sehr hart, sehr schnell schwingen, mit viel Power, um den Ball weit genug zu bekommen. Aber wenn es bei dir klappt, bitte weiter so. Das Problem aber, wenn man die Hände beim Ausholen ganz ruhig lässt, da man die Schulter so dreht, ist es einfach, den Rücksprung zu flach zu machen. Und hier bin ich zu sehr hinter mir. Das fällt mir sehr oft beim Unterrichten, bei vielen Golfern, die den Schläger zu sehr hinter sich haben, dass die Hände einfach zu ruhig sind. So, das ist der erste positive Punkt. Durch einen frühen Einsatz des Handgelenkes, und das meine ich wirklich gleich am Anfang des Rückschwunges, ist der Schläger automatisch vor mir. Der Schlägerkopf ist vor mir. Und das ist die richtige Ebene. Dann muss ich beim Abschwingen nicht kompensieren. Wie setzt man die Handgelenke ein, fragst du? Sehr wichtige Frage. So setzt man das Handgelenk ein. So wie du siehst, ich winkele meine Hände so, dass die Daumen nach oben sich bewegen. Nach oben und dann wieder nach unten. So, es ist auf gar keinen Fall eine Rotation. Sehr wichtig. Und wenn ich so winkele, bleibt das Blatt so viel leichter die ganze Zeit gerade. So bitte nicht das und das tun. Ganz wichtig. Der zweite Grund, warum früher Einsatz des Handgelenkes gut ist, ist, weil dann brauchst du nicht so weit auszuholen. Gucke, was passiert, wenn ich meine Hände ruhig beim Aushornen lasse. Ich habe meine Schulter fast 90 Grad gedreht und der Schläger ist erst da. Aber was passiert, wenn ich die Handgelenke früh winkele? Dann habe ich den Schläger schon hier. Und ich muss dann nicht so weit auszuholen. Viele Golfer haben Probleme mit der Drehung. Irgendwas tut weh. Und durch früh knickende Handgelenke kommen sie früh in diese Position. Und dann ist es möglich, den linken Arm locker lang zu lassen. Was ich sehr oft sehe, ist das. Oder das. Und das ist oft wegen fehlender Flexibilität oder schlechter Technik. Aber würden diese Golfer früher winkeln, dann sieht es gut aus. Und du fragst vielleicht, wie weit kannst du den Ball schlagen mit so einem kurzen Rückschwung? Dann sage ich dir, sehr weit. Mindestens so weit wie bei einem normalen Gaufschwung. Okay, so da habe ich sehr viel Spannung generiert und diese Spannung gelöst. Und der Ball ist richtig weggeschossen. So, nächster Punkt. Durch das Winkeln des Handgelenkes ist dann folgendes möglich. Du startest den Abschwung richtig mit einer Verlagerung nach links, mit einem senken der Arme. Und dann kommst du in diese Position. Kurz vor dem Treffmoment. Und das ist jetzt toll. Da ich ja einen Winkel habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, diesen Winkel zu lösen. Und das generiert Power. Und so ist es möglich für mich, meine Schlagfläche auch gerade zu bekommen. Nur bitte, ich habe nicht das getan. Ich habe einfach diesen Winkel gelöst. Durch Daumen wieder runter. Und keine Angst vor dem Lüffeln. Weil wenn du das Gewicht links verlagest und den Körper drehst, bevor du schlägst, dann kannst du nicht Lüffeln. Dann wirst du hier in diese Position kommen. So, bewusst die Hände einsetzen, damit du durch den Ball releasen kannst. Release heißt End Winkeln. So, das werde ich jetzt bewusst tun. Erstmal Winkel bilden. Unten starten. Und lösen. Und das gibt mir Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und ein sehr langgeraden Ballflug. Ich finde bei mir und bei vielen meiner Schülern, je mehr ich das tue, desto gerade schlage ich den Ball. Je mehr ich steuere, desto schwieriger finde ich das, und finden wir das, den Ball geradeaus zu schlagen. Aber schau mal, wenn ich das tue, kombiniere ich das immer mit einer frühzeitigen Verlagerung des Unterkörpers. Und wenn ich werfen würde, dann verlage ich und ich lasse los. Und dieses Loslassen ist ein Einsatz der Handgelenke. Wenn dieses Video dir gefallen hat, bitte ein Like. Tut diesem Kanal sehr, sehr gut. Und fahrst du zufällig noch nicht Abonnent bist von Bono Cigal. Ich freue mich, wenn du dabei wärst. So, hoffentlich scheint die Sonne noch ein paar Wochen länger. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen.